So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Bisschen GBL Action, wir müssten nämlich mittlerweile in der Meisterliga angekommen sein. Ich habe in der Meisterliga jetzt noch nicht gezockt. Ich möchte wieder eine Folge Ramses Minus aufnehmen. Eine Stunde in der Meisterliga zocken. Das sind denke ich mal drei Sets, denn ich bin immer noch nicht Rang 21, möchte ja immer den Rang 21 erreichen. Mittlerweile zocke ich immer einmal pro Woche, eine Stunde, drei Sets und gucke, ob das ausreicht in den drei Monaten. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe jetzt mein klassisches Team, was ich an sich immer nehme. Tockelkiss, die Jager Giratina. Gehe jetzt mal hier drauf, wir gucken mal, weil wir sind gerade bei der 18. 106 Siege, 175 Kämpfe, längste Serie 8, 162.000 Staub. Das ist nicht viel. Gehen hier direkt rein. Meisterliga-Team steht und ja, eigentlich habe ich gar keine Lust. Müssen wir mal ehrlich reden. Ich habe keine Lust. In letzter Zeit, Pokémon Go generell alles, macht irgendwie kaum noch Spaß, ja. Seitdem das mit den Fan-Rates jetzt weggefallen ist, seitdem ich nicht mehr mit meinen Freunden täglich zusammen interagieren kann über Raids. Ich fand es so schön, immer halt in die Gruppe zu posten, dass man ein Raid machen will. Dann haben sich alle angeschlossen, dann hat man sich gegenseitig eingeladen. Wenn mich jemand eingeladen hat, habe ich mitgemacht. Du hast ein Gefühl gehabt, wo du bist nicht allein. Du hast zusammen gespielt, das hat trotzdem Spaß gemacht. Du hast Shinies gehandelt, du hast Hunderter gehandelt. Du hast auch mal Raids für Zuschauer angeboten im Stream. Da war immer was los. Hast anderen geholfen. Ihr hattet K-Hunder eingebaut. Ja, wann, wie, wo, was. Wie viele Raids musste man machen bis zum Shiny, bis zum Hunderter, bis sonst wohin. Das war einfach schön. Das war toll. Das hat Spaß gemacht. Denn nicht jeder wohnt da, wo jeder spielt. Viele sind irgendwie verteilt auf der Welt. Keiner hat jemanden. Aber durch das Internet, durch die Streams, durch die Raids, durch das Zeug war man insgesamt trotzdem miteinander verbunden. Jetzt fühlt sich einfach alles anders an. Und das ist halt leider nicht so schön. Jetzt merkst du generell, das Interesse an Pokémon Go geht eben bei vielen generell zurück. Dass sie auch alle anderen Sachen gar nicht mehr so verfolgen, gar nicht mehr sich so reinziehen. Alles andere vernachlässigen. Du hast kaum noch Leute, die jetzt die Pokémon-Videos so sich reinziehen. Viele haben die Schnauze voll und haben einfach aufgehört, irgendwas zu machen. Vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen mehr auf den Kampf konzentrieren. Bruder, der bringt mich um. Es sah doch gerade noch gut aus. Ich war doch noch im Vorteil. So. Und dann habe ich gemerkt, ich haue ja auch immer zu viel Input raus. Ich haue immer so viel. Ich habe immer ein Video mit Ramses Kitchen, ein Video mit Pokémon, noch ein Stream mit Pokémon. Und jeden Tag gab es zwei Videos und einen Stream. Und das hat die Leute übersättigt. Und gerade jetzt, wenn du halt merkst, du haust so viel raus und die Leute kommen mit der Übersättigung sowieso nicht klar. Dass du, egal was du machst, ist alles irgendwie im Nichts versinkt und du kommst dir einfach total blöd vor. Das ist nicht schön. Du willst, klar, es soll ein Hobby sein. Lass mal mal durch. Soll ein Hobby sein. Aber wenn du siehst, sonst hast du was gemacht und hattest so 500 Aufrufe vielleicht auf dem Video, dann hat sich das noch besser angefühlt, als wenn du jetzt im Prinzip das gleiche Video machst und hast nur noch 100 Aufrufe und alles dümmelt vor sich hin. Die Abos gehen zurück. Es versinkt alles ein bisschen. Dann haben plötzlich private Videos über mich und meine Privatperson mehr Aufrufe und mehr Zuwachs. Also jetzt ein Pokémon-Video. Und ich meine, es hat mit Pokémon alles angefangen. Da kamen die Aufrufe her. Da kamen die Abos her. Ich habe noch einen kleinen persönlichen Teil dann noch mit reingebracht, weil ich dachte, okay, das ist jetzt hier das Pokémon-Zeugs. Okay, ich möchte aber auch ein bisschen von mir zeigen. Pokémon hat immer seine 1000 Aufrufe gehabt, mein Zeug so 100. Jetzt mittlerweile ist es so, dass eher private Sachen mehr Aufrufe kriegen als die Pokémon-Sachen. Und die privaten Sachen machen auch einfach dann mehr Spaß, weil man viel hat zum Zeigen oder zum Erzählen oder zum... Während das Pokémon gefühlt manchmal nur noch so ein Krampf ist. Ein bisschen frustrieren. Wenn du dich fühlst, du musst das jetzt aufnehmen. Einmal die Woche hast du das immer gemacht. Also machst du halt auch einmal die Woche jetzt weiter hin. Aber du siehst, du sitzt dann da eine Stunde lang, nimmst du auf, eine Stunde lang, du lädst da was hoch. Und dann guckt es niemand, weil es einfach keinen mehr interessiert oder keiner mehr Bock drauf hat. Dann machst du was anderes, hast den Spaß deines Lebens und hast locker an einem Tag deine 1000 Aufrufe wieder zampfen, was ganz anderes. Und dann denkt man schon mal drüber nach, ob man das nicht alles vielleicht umkrempeln soll. Weniger Videos machen, seltenere Videos, die auch ein bisschen laufen lassen mal. Und nicht mehr jeden Pups zeigen in Pokémon Go, den man macht, den man hat. Ich meine, wenn irgendwelche News sind und man spricht mal zusammen drüber und holt mal die Meinung der Community ein. Das hat ja immer Spaß gemacht, dass man sagen kann, was die Ziele von einem sind. Im Event, was man so machen möchte, wenn es irgendwelche besonderen Dinge gab, hat man die ja auch trotzdem gezeigt. Dieser scheiß Flammenwurf wird einfach nicht fertig. Gut, daneben spielen wir halt keinen Flammenwurf. Dann sind wir halt jetzt schon wieder im Nachtreffen, im Nachsehen. Weil ich bin halt keine Frau. Ich kann halt nicht reden und gleichzeitig denken. Und mich konzentrieren und noch was anderes machen. Deswegen, ich rede irgendwas. Dann rede ich Schwachsinn, weil ich versuche zu kämpfen und gar nicht darauf achte, was sage ich überhaupt, wo ist gerade Inhalt hin. Und dann verlierst du trotzdem noch, weil du halt nicht bei der Sache bist. Dann ist Ransens Minus, so ungefähr. So könnte man das sagen. Hat da schon wieder voll. Toll, da freue ich mich drauf. Nee, und vielleicht sollte ich halt mehr so auf Vlogs ausweichen. Hey, wenn du mehr Möglichkeiten hast und mehr unternimmst, dann setz dich nicht so unter Druck. Dann mach halt ein Ding, wie jetzt war Frühlingsfest. Da habe ich einen Vlog gedreht. Der dümbelt jetzt ewig vor sich hin, weil ich erst noch das hochladen muss und das hochladen. Und das muss ich noch zeigen. Und das gibt es ja auch noch. Und das ist halt voll dumm. So könntest du zeigen, es war Frühlingsfest. Das ist der Vlog vom Frühlingsfest. Das ging da ab, hin und her. Also fühlt sich dann irgendwie schöner an oder macht mir Spaß. Weil man auch richtig merkt, du strahlst in den Videos. Da hast du was erlebt. Und das war toll, als gezwungenermaßen sich herzusetzen. Und dann, jetzt muss ich Pokémon machen. Ich muss das jetzt machen. Das erwarten die von 14.000 Leuten. Da warten da so 10 Leute. Für diese 10 Leute machst du das jetzt. Klar, es hat immer viel Abwechslung geboten. Die einen gucken eher Ramses Kitchen. Die anderen gucken eher die Biermeilen. Die nächsten gucken sich die GBL-Videos an. Die nächsten gucken die Catfights, die im Hintergrund aber ablaufen. Aber schlau wäre es von Anfang an gewesen, dass man sich einer Sache widmet und die dann kontinuierlich durchzieht und bei der Sache bleibt. Der Kanal Phänomenal hat jetzt auch auf seinem Kanal alle Videos gelöscht. Mann, Adi Schatz. Der hat eigentlich einen Kanal gehabt, wo es um Challenges ging und um Essen und Spaß und Unterhaltung. Und dann hat er mal Fußball-Streams gemacht. Und dann hat er da ganz viele Aufrufe und ganz viele Zuschauer gehabt. Und da hat er Abos reinbekommen. Hat da einfach alle Challenges gelöscht. Alle Food-Videos. Alles mögliche. Und hat er plötzlich jetzt... Das ist jetzt sein reiner Fußball-Kanal. Der macht jetzt nur noch Fußball da drauf. Und macht sich für die anderen Sachen... Mann! Für die anderen Sachen einen extra Kanal. Jetzt stellt euch vor, es gäbe einen extra Ramses Kitchen-Kanal. Es gäbe einen extra... Goldene Meilen-Kanal. Naja, das wäre auch wieder... Wo packt man das hin? Ich weiß es nicht. Aber das war ja eigentlich mal ein Pokémon-Kanal. Den hätte er als Pokémon-Kanal bleiben können. Ein Video, wenn mal alle zwei Tage ein Video kommt. Egal, hättest du das so. Ein Ramses Kitchen-Kanal. Haja. Und dann ein... Ein Musik-Kanal. Wo packt man denn dann aber Biermeilen hin? Auf den Pokémon-Kanal? Auf den Kitchen-Kanal? Auf den Musik-Kanal? Bei Ramses Kitchen? Hat eigentlich damit nichts zu tun. Brauchst du extra noch einen Vlogging-Kanal. Und dann, sag ich, wieder verliere ich den Überblick. Wenn ich jetzt vier Kanäle habe, jeden Tag auf jedem Kanal alles durchgucken muss, muss überall die Kommentare abchecken, anstatt einfach in mein Kommentar-Fail zu gehen. Und alles bei allen Videos und allen Sachen, die man gemacht hat, steht untereinander. Genau, das ist das Neueste. Das kenne ich noch nicht. Ich habe gern alles einfach an einem Platz versammelt. So, ich habe angefangen, hier ein paar andere Sachen zu zocken. Auf der Switch haben wir auch irgendwas gemacht. Dann ist jetzt wieder das durcheinander. Das, 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 das. Wenn Pokémon also nicht mehr greift, hätte man einfach mal andere Spiele spielen können. Jetzt habe ich natürlich gar keine Zeit. Jetzt ist natürlich, jeden Tag kann der letzte Tag sein. Deswegen musst du wieder gucken, was wie wo. Also, es ist alles immer so kompliziert und da merkst du schon, was spaßig angefangen hat. Ist halt einfach nur noch kompliziert. Andere, die setzen sich hin, sehen von Anfang an, dass sie es nicht als Hobby machen wollen, sondern machen gleich eine Wissenschaft draus. Dann rechnen sie sich aus, wann habe ich die meisten Zuschauer und welche Uhrzeit muss ich ein Video hochladen. Wie viele Videos darf ich hochladen? Wie bewerbe ich das? Wo teile ich das noch? Mache ich eine Premiere draus? Mache ich sonst was? Mache ich hin und her? Dann muss ich drei Tage extra warten, um nichts hochzuladen, damit dann sich alles schürt und macht und tut. Dann, das Format hat jetzt nichts gebracht. Das stampfe ich direkt ein. Das mache ich gar nicht mehr. Das baue ich woanders ein. Dort mache ich ein Saldo. Und ja, ändert sich halt, ändert sich. Ich weiß nicht. Gefühlt siehst du immer nur die gleichen Leute auch hier rumhängen und denkst dir, okay, das sind aber trotzdem die, die fast eigentlich alles gucken. Also der innere Kern, der jetzt nicht direkt wegen der einen Sache guckt, sondern einfach wegen dir guckt. Hey, ich habe nicht mal einen Move gemacht. Ich habe noch ein Schild gehabt. Ohne hinzugucken gewonnen, ey. Das muss ich auch erstmal schaffen hier. Es ist, es ist, es ist heute, ich weiß nicht. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen und dabei ist bis jetzt trotzdem noch nicht mal was rumgekommen. Das einzigste Gute ist, dadurch, dass Adi sowieso beschäftigt ist mit Molly und die hier schabernackt treiben, tanzt er wenigstens nicht auf der Tastatur rum. Denn durch den Tastaturtanz beim letzten Mal hat er ja das Video beendet und ich habe zwar eine Stunde aufgenommen, also eine Stunde geredet und gekämpft, aber nach 30 Minuten oder so ist er auf die Leertaste geklettert und hat damit das Video beendet. Das war nicht so toll. Ein erlöstes Mewtwo mit 4146. Das klingt nicht so stark, wir lassen es mal durch. Ja, Fazit, weiß ich nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe einen Männertagsflocke dreht, den müsste ich noch schneiden. Ich kam jetzt noch nicht zum Schneiden, jetzt ist Samstag. Ich wollte ihn gerne heute Abend am Samstag als Premiere eigentlich rausbringen, so zum Gucken, weil ich wollte, dass vom Donnerstag die Premiere mit der letzten goldenen Meile, dass das erstmal anläuft und dass am Donnerstag und auch Freitag die Leute genügend Zeit haben, das erstmal zu gucken. Dass das im Mittelpunkt steht, dass es sich wirklich darum dreht. Das sollte es so sein, das funktioniert auch gerade sehr gut. Im Normalfall hätte ich nämlich das Donnerstag als Premiere gemacht. Freitag um 10 wäre schon wieder ein Video gekommen. Freitag 15 Uhr wäre ein anderes Video gekommen. Samstag um 10 wäre ein Video gekommen. Samstag 15 Uhr wäre ein anderes Video gekommen. Da hätten manche nicht mal mitgekriegt, dass am Donnerstagabend eine Premiere war und die Meile wäre schon wieder 5 Videos zurück und alles andere wäre verkackt. Und so habe ich das jetzt ein paar Tage mal laufen lassen und möchte eigentlich für heute Abend dann das, weil das aktuell ist, Männertag, Männertagsvlog, Männertagspremiere, so was am Männertag wie bei uns, was wir so gemacht haben. Ist doch eine gute Idee. Und wenn ich sehe, dass sowas auch plötzlich mehr Leute interessiert und mehr Aufrufe kriegt, als wenn ich jetzt mich hier eine Stunde hinsetze und irgendwas fasle und dann verliere und die dann denken, naja gut. Und die einen, die kein Pokémon spielen, interessiert es nicht. Die anderen, die Pokémon spielen, gucken und denken, das ist ja gar nichts, da lernt man ja nicht mal was. Also die, die es nur gucken wegen der Unterhaltung, das könnten ja die sein, die auch alles andere gucken, wegen der Unterhaltung, weil sie einen irgendwie unterhalten finden oder so oder was. Ich habe echt gerade die ganze Zeit überlegt, es ist zwar Wechsel gewesen, es ist zwar ins Meisterliga drin, normalerweise müsstest du jetzt irgendwie am Wochenende unterbringen, dass du dir eine Stunde Ramses Minus raushaust. Gerade habe ich die ganze Zeit gedacht, lass es einfach weg, lass es einfach weg, tu dir das nicht an. Wir waren auch gerade einkaufen, haben Einkäufe gemacht, Pupsi ist jetzt im Schlafzimmer, die ruht sich ein bisschen aus, wollen dann ihre Serie, die sie gefunden hat, vielleicht anschauen mal. Dass man die heute vielleicht durchschauen kann und ganz gucken kann, jetzt sitze ich hier gezwungenermaßen und muss eine Stunde mir mit diesem Video um die Ohren hauen, was am Ende dann 100 Aufrufe abwirft. Und man abgeleckt ist und man nicht mehr schafft, ordentlich dem hier eine auf den Kusche zu hauen. Ist es das wert? Man weiß es nicht. Es ist sicherlich trotzdem einfach diese komplette Situation, dass alles, was mit Pokémon Go zu tun hat, momentan mich, naja, mir trotzdem sauer aufstößt oder halt sich anders anfühlt. Ich saß gerne da, ich habe gerne die eine Stunde gemacht. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe auch gesehen, den Leuten hat es Spaß gemacht. Und jetzt habe ich trotzdem immer den Eindruck, es ist nicht mehr das Gleiche, das Gefühl ist anders, alles ist anders. Die Leute nehmen es mir nicht mehr ab und ich mag es auch gar nicht mehr so richtig geben. Vielleicht nehmen sie es nicht ab, weil ich es nicht mehr gebe, weil so, verstehe ich ja. Und Schuld ist naientig, meiner Meinung nach, weil die nichts sehen. Es ist nicht mehr 2016, es ist 2023, die können nicht einfach sagen, auch durch die Fernraids haben wir alles kaputt gemacht. Die müssen wir jetzt wieder wegtun und dann ist wieder alles in Ordnung. Denkt halt mal so, selbst wenn es nie Fernraids gegeben hätte, hätte von 2016 bis jetzt, ist sicherlich immer wieder abgenommen, Monat für Monat, von Spieleranzahl und von Leuten, die das, die weiter rein cashen und machen und tun, hätte bestimmt auch abgenommen. Und die Fernraids waren das, die den Leuten, die sonst nichts haben, die Möglichkeit gegeben haben, trotzdem zu spielen mit anderen und überhaupt Raids zu machen. Also nicht das wegnehmen, sondern... Das ist ja jetzt scheiße. Jetzt hole ich den rein, was total bescheuert ist. Der macht jetzt hier Kampf gegen meinen Dialga und Blitz, nee, Steinhagel gegen meinen Toggekiss. Und ich komme doch eh nicht zum Flammenwurf, das weiß ich doch jetzt noch. Und dann hat er auch noch zwei Schilde und ich habe nichts gesagt, eigentlich könnte ich jetzt aufgeben. Ich habe trotzdem zwei gewonnen. Aber habe natürlich dann die Pokémon-Belohnung nicht. Ach komm, mach einfach ein Dragomedior, dann hast du wenigstens keinen Angriff mehr und dann ist es auch vorbei. Aber wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Denkt einfach hier, das ist ein Podcast, genau. Wir spielen gar nicht GBL, das ist ein Podcast. Das im Hintergrund, das ist aufgenommenes Gameplay von einer dazu mal. Ich kommentiere das jetzt nachträglich, bla bla bla. Nee, ich spiele live. Schillingen ja letztens auch, dass es kaum noch Creator gibt, die Live-Gameplay machen in der GBL, dass sie das alle nachkommentieren und nicht live reacten. Ich reakte live, deswegen verliere ich auch alles, weil ich die ganze Zeit nebenbei rumfasle. Das ist Hibu, genau. Nee, das ist vorbei. 19, das sieht gut aus. Mein Ziel, Leute, ist Rang 19 zu erreichen. Mehr möchte ich doch gar nicht. Dafür muss ich aber ein bisschen was tun. Ich weiß, dass das sowieso nicht viele Leute gucken, aber ich kann ja trotzdem nochmal allgemein in den Raum reinfragen. Ich muss immer so laut und lauter werden, wenn im Hintergrund mich irgendwas ablenkt mit Geräuschen, so wie der Adi, der schon wieder im Pfadbeutel rumkriecht. Und ich muss trotzdem halt dann einfach so fragen, nochmal, wie ist es denn mit euch? Merkt ihr einen Unterschied? Sagt ihr, ja, es ist deutlich spürbar, dass die Stimmung in Pokémon Go wirklich anders ist? Es sich nicht mehr so wohltuend anfühlt? Es ruhiger geworden ist? Merkt ihr gar keinen Unterschied? Sagt ihr, hä, wieso? Also wir raiden immer unser Zeugs. Raidstunde, treffen wir uns. Community Days, laufen wir zusammen rum. Das ist alles wie immer. Und jetzt durch die Top Rates sind immer besondere Rates noch am Start. Und jetzt kommen noch die Krypto Rates rein. Da freuen wir uns am meisten drauf. Das wird richtig fett, richtig krass. Ja, ich weiß gar nicht, ob man froh sein soll, dass man die Krypto Rates nicht mit Fan Rates machen kann. Oder ob man sagen soll, das war endgültig der Todesstoß für die meisten. Weil wenn sie das gemacht hätten, hier kommt jetzt Krypto Mewtwo. Und wir haben ja die Fan Rates jetzt reduziert und wir haben die Preise verdoppelt. Sodass ihr genötigt seid, ganz viel zu bezahlen und nur mit 5 Möglichkeiten habt. Um schön euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. In dem Sinne. Aber auf der anderen Seite dürft ihr ja gar keine Fan Rates machen. So werdet ihr ja nicht abgezogen. Ihr habt halt generell gar keine Möglichkeit zu spielen. So könnte man das ja dann sehen. Und dann ist man ja vielleicht sogar in dem Moment froh. Hey, keine Sorge, ihr müsst nicht die teuren Fan Rate Pässe kaufen. Weil ihr dürft sowieso nicht mitmachen. Oder ist man traurig, weil man sich sagt. Toll. Ich habe dadurch keine Möglichkeit. Das mitzumachen. Und verpasse das. Na Yendik sagt, ich verpasse die Top Rates. Ich verpasse die Elite Rates. Ich verpasse die Krypto Rates. Also, pff. Was bringt mir das dann? Da brauche ich auch keine Freunde mehr. Wenn die Freunde eh nichts mit mir machen dürfen. Und nicht mit mir spielen dürfen. Das ist vielleicht dann der Standpunkt. Jetzt will ich aber auf Flammenwurf gehen. Hey, vielleicht schaffe ich es ja sogar. Aber er hat ja eh noch ein Schild. Guck ihn dir an, wie er das Schild noch hat. Das ist das erste. Der erste Kampf im neuen Set. Und ich vermassel es schon wieder. Früher habe ich mich doch immer gefreut, wenn ich Metagross gesehen habe. Wie soll ich jetzt so viel bammeln davor? Was macht der denn jetzt mit mir? Bammelmann, so, gekämpft jetzt. Guck jetzt wirklich mal auf den Kampf. Wir haben doch ein Team. Mit diesem Team kam ich doch bisher immer klar. Mit dem Team hat es doch auch immer Spaß gemacht. Obwohl, nein, es passt zur Stimmung. Es macht ja keinen Spaß mehr mittlerweile. Es ist ja alles anders, auch das. Früher habe ich mich gefreut über den Toggekäs. Jetzt denke ich, naja, es ist doch alles Schwachsinn. Wenn wir beide aber rückwärts-Saldos machen um die Wette und er eher gelb wird als ich, dann freue ich mich wieder und sage, jetzt habe ich wieder Spaß dran am Spiel. Das ist das Beste. Guck mal, er ist gelb. Juhu, ich darf auch Antikraft einsetzen. Vielleicht werde ich sogar noch gesteigert in Kraft, in Angriff und Verteidigung. Gleichzeitig einfach fabelhaft und der Schilde. Und ich bin nicht, bin nicht geboostet. Das ist halt selten. Das kann auftreten, aber es ist halt jetzt nicht aufgetreten. Und deswegen lassen wir halt so, wie es ist. So, so, so. Und er zwirbelt und er wirbelt und er macht und dacht und wacht. So, und weg. Sonntag ist ja übrigens der Fünks-See-Day. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das mache. Normalerweise mit Pupsi immer eine Stunde im Park spazieren. Aber Pupsi kann ich definitiv nicht in den Park zerren und mit ihr spazieren gehen, weil morgen ist eigentlich der Entbindungstermin. Da kannst du sie jetzt nicht hier durch den Park jagen. Der geht so schon schlecht genug. Alleine durch den Park jagen, weiß ich nicht. Ist blöd, wenn ich unterwegs bin und streamen und sie sitzt hier alleine an dem Tag. Ist also auch irgendwie komisch. Ach, Dragoraner, das passt mir doch gut. Moment, da komme ich hier doch wieder rein. Bleibe ich also zu Hause? Zu Hause eine Stunde streamen? Da fängst du ja gar nichts. Morgen also wahrscheinlich See-Day von zu Hause ausspielen am PC mit streamen und jetzt habe ich da auch schon wieder Bummel, dass halt einfach nichts los ist. Obwohl, wenn die Leute noch gehypt wären, dann würden sie ja an einem Fünks-See-Day rausgehen und selber spielen. Dann sitzen sie ja nicht zu Hause und gucken Streams. Wenn morgen viele Leute da wären im Stream, dann heißt das ja, dass die Leute selber keinen Bock haben und einfach nur zu Hause nebenbei spielen, weil es denen gar nicht so wichtig ist. Also es ist alles sehr merkwürdig. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte auch schilden müssen. Mann, habe ich nicht. Ich habe nicht geschildert. Achso, der ist eh schon weg. Gut. Ich brauche übrigens noch zwei Siege. Dann habe ich die erste Seite von den Kämpfen sogar gemacht. Ich habe schon Leute gesehen, die haben auf dem ersten und dem zweiten Account schon die 500 Siege sich geholt. Ich bin immer noch auf Seite 1. Ich mache da eigentlich nichts. Das ist halt... Ja, das ist halt für die Profis. Das ist für die Leute, die Zeit haben. Das ist für die Leute, die jeden Tag ihre Sets spielen. Jeden Tag bis zur Unkenntlichkeit da reinpushen. Ist sowieso vielleicht auch nützlicher, wenn man sich einen PvP-Kanal macht. Jeden Tag ein PvP-Video hochlädt, was halt nur 20 Minuten geht. Also ein Set PvP pro Tag. Das ist nicht zu krass. Das ist nicht zu schlimm. Das überfordert niemanden. Einmal in der Woche PvP spielen, wo du dich wieder komplett reinfuchsen musst und alles vergessen hast, ist nicht so gut. Ein Video pro Woche ist den meisten GBL-Zuschauern dann zu wenig. Ein Video pro Woche, was eine Stunde geht, ist den meisten normalen Pokémon-Go-Spielern dann aber auch schon wieder zu viel beziehungsweise zu lang. Also, du siehst, alles, was der Ramses macht, macht er falsch. Und das hat alles kein Schild. Das hat aber jetzt ein Schild. Und deswegen... Sternhebe. Jetzt habe ich bestimmt schon eingehakt. Ne, habe ich nicht. Aber warum mache ich Spukball? Der Kleine hätte gereicht. Einmal Unheilböen, bitte. Für den Meister. So. Meister. Wahrer Meisen-Deutschländer. Eigentlich Deutschländer, weil der Drache, der da kommt, natürlich groß und wuchtig ist. Der bringt mich um. Jetzt mach doch was. Dann nehme ich natürlich wieder meinen Togelkiss. Das haben wir ja gelernt, dass die Rückwärts-Aldos brennen. Und egal, was der macht. Ey, ich lasse es jetzt durch. Das ist mir jetzt egal. Was macht er denn? Kraftkoloss. Ist doch Quatsch. Siehste. Quatsch. Das ist Quatsch. Mit Soße sogar. Nochmal Quatsch. Lassen wir auch wieder durch. Ist das schon sein letzter? Kraftkurslos. Einen hat er noch. Egal, was jetzt kommt. Einfach mal Antikkraft drauf. So. Vielleicht können wir uns steigern nochmal. Vielleicht können wir sein Schild rausziehen. Vielleicht können wir ein bisschen Schaden machen. Gibt jetzt viele Möglichkeiten. Und es ist ein Knackrack. Das ist gut. Wir salturieren. Er gibt auf 99 von 100. Jackpot. Und die eine Stunde jetzt hätte ich nutzen können, um den Männertagsflock zu schneiden. So muss ich es danach noch machen. Das heißt, Pupsi ist den ganzen Tag allein. Ich brauche ja eh Ruhe. Ach, Leute. Andere hätten einfach nur den Männertagsflock geschnitten nach dem Einkauf und hätten Feierabend. Und da kommt auch was. Und es ist irgendwie dann vielleicht... Da war sogar die Mama dabei. Ach, was rede ich denn? Es guckt doch eh keiner rams des Videos. Ihr seht schon, man wird schon richtig schizophren. Man muss schon mit sich selbst die ganze Zeit reden und sich unterhalten. Das ist die Einsamkeit. Die Einsamkeit in der Pokémon-Go-Community, die gerade losbricht. Die sich ausbreitet. Der ist jetzt weg. Der hatte ein Mewtwo. Womit er ja eh mehr Schaden macht. Aber gegen das Mewtwo könnte ich auch immer noch meinen Giratina einsetzen. Deswegen werde ich jetzt gerade nicht... Oder doch... Doch, doch, doch. Ach, bin ich blöd. Jetzt... Gerade jetzt hat es den Angriff und die Verteidigung gesteigert und genau jetzt habe ich rausgewechselt. Wie dumm muss man sein. Das hat mir doch jetzt gar nichts gebracht. Nur weil ich weiß, dass er hier auch nicht so einen auf flotten Otto macht. Und deswegen komme ich jetzt hier an. Hoffnung, er holt sein Mewtwo wieder zurück und ich mit dem Giratina gegen das Mewtwo kämpfen kann. Wenn er natürlich jetzt einen Drachen holt, dann ist es wieder nicht so gut. Also wäre ich lieber drin geblieben. Uh, der holt dann die Yalga. Sage ich doch. Nicht so gut. Aber bis die Yalga voll ist, habe ich einen Spukball am Start. Der könnte doch zünden. Also, wir könnten dann sogar die Yalga gegen die Yalga machen. Ich weiß ja, dass er eh nur noch Mewtwo hat. Dann nehme ich mir nämlich meinen Togglekiss auf. So, ein Schild ist weg. Ich habe noch ein Schild. Das ist sehr schön. Ich muss die Yalga reinholen. Wir müssen uns jetzt gegenseitig plädten. Dann nehme ich halt beide Schilde. Mir egal. Du könntest Drago Meteor machen. Würde ich aber nicht an deiner Stelle. Weil dann ist ja dein Angriff verkackt. Er macht Drago Meteor. Verkackt seinen Angriff. Hat er noch einen zweiten Drago Meteor am Start? Mir egal. Denn ich mache einfach Eisenschädel. Und habe immer noch einen Schild. Wupp. So. Jetzt könnte ich aufladen. Jetzt kann ich gemütlich aufladen. Und wenn das Mewtwo reinkommt, kann ich am Mewtwo einen Eisenschädel fabrizieren, was dann passen müsste. Er ist weg. Schaffe ich es? Einen Eisenschädel gegen das Mewtwo? Nein! Ich hätte wechseln müssen. Wenn ich dann einen Eisenschädel habe gegen das Mewtwo oder den Drago Meteor voll. Psychostoß. Ach gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Guck mal. Ich hole jetzt extra Toggekiss rein. Ich will jetzt mal hier Spaß mitmachen. Weil der Drago Meteor ist schon voll gewesen. Habe ich gesehen. Ich will das das Toggekiss jetzt opfern. In der Hoffnung, dass er nicht so viele Attacken hat. Und ich jetzt hier nicht reinkomme. Oh, der war noch gar nicht voll. Der Drago Meteor ist jetzt zerfetzt. Einfach. Das war jetzt mein Überraschungsangriff. Dann hätte er seinen Psychostoß noch gegen mich gemacht. Bevor der voll ist und ich weg bin. Und ich dann Oh, er hat ja auch noch Dialga gehabt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das war Sieg Nummer 100. Da hatte ich kurz Schiss. Nein, gar nicht. Natürlich nicht. Ist das jetzt das ganze Fünfer-Set? Nein, ist es auch nicht. Aber wir haben gerade gewonnen. Wir haben den davor gewonnen. Wir haben den davor, glaube ich, auch gewonnen. Ich glaube, wir haben die Pokémon-Belohnung freigeschalten auf jeden Fall. Jetzt hier in diesem Set Mark Möller Vielleicht bin ich gar nicht Mark Möller. Vielleicht bin ich Knackrack. 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 Wechsel doch auf Stahl. Oh yeah. Was kann Knackrack, was mich beeindruckt? Boden gegen Flug? Näh. Drache gegen Fäden? Näh. Guck. Nix. Bleibst du also drin? Machst du rückwärts Saldo? Reicht, reicht, reicht. Ich mache jetzt auch kein Antikraft. Das war ich einfach auf den nächsten. Erdkräfte. Mann. Und jetzt kommt Jetzt hat er aber Warte, warte, warte. Er hat auch Toggekiss drin. Das erkenne ich doch am Symbol oben. Und jetzt zweimal Antikraft hintereinander und pushen und richtig heftig abgehen. Oder er lässt sogar einmal durch. Ich habe mich nicht gesteigert. Schade eigentlich. Vielleicht schaffe ich es aber nochmal. Ja, Baby. Antikkräfte. So, dann nimmt man natürlich kein Geratina dann, weil das viel zu schwach ist. Sondern das Dialga muss versuchen, den Rest zu machen. Los, Dialga. Flieg und Sieg. Ich weiß, du kriegst jetzt etliches auf die Mütze, aber ich habe nur noch dich. Und dich muss ich jetzt schützen. Deswegen hören Sie bitte auf, das Dialga anzugreifen. Aurasphäre. Oh, der haut ja richtig rein. Also Geratina wäre an der Stelle wahrscheinlich schon längst tot. Einfach fabelhaft. Schädel. Eisenschädel. Zack, zack. Knutsch und Peng und Mewtwo auch noch. Aber er hat immer noch ein Schild. Er hat noch ein Schild. Was macht er? Was macht er? Auch noch ein Schild. Lass ich es einmal durch? Ich lasse es einmal durch. Spukball. Ich habe es durchgelassen. Ich bin so dumm. Aber jetzt. Ich habe ja noch ein Schild. Und mein Quick-Move würde ihn schon zerbersten. Das war... Nein, das war schlau, Ramses. Mach dich nicht immer so runter. Guck doch mal. Du wehrst seinen ab. Und er ist dann doch eh schon tot. Guck. Wenn du jetzt auf jetzt nicht gedrückt hättest, dann... Das hättest du dir dein Leben lang noch vorgehalten. Psycho-Stoß kommt nicht dazu, denn er ist fort. Wie Harrison. Steht ihr? Gut. Musst er so stehen lassen. Ja, fünf ausgetragen. Und so wie es aussieht, ein Relaxo gewonnen. Den muss man ja wieder so fangen. Aber wir nehmen ja hier eine silberne Beere. Da habe ich auch 500 am Start noch. Hui. Einfach fabelhaft. Relaxo. Eins. Zwei. Drei. Mit mehr Bonbons als sein muss. Er hat nämlich... Relaxo wurde gefangen. Sieben. Und wie viel hat er? Es ist ein schlechtes. Dann können wir es direkt verschicken. Das haben wir noch. Ein Hammer verloren. Ist es der neue Rangaufstieg? Nein, ist es nicht. Immer noch nicht Rang 19. Wir müssen weiterhin gewinnen. Das ist aber gemein. Jetzt habe ich gedacht, ich habe es schon geschafft. 30 Minuten. Das heißt, vielleicht schaffen wir sogar statt drei Sets vier Sets. Vier Sets für Rang 19. 19 auf 20 müsste doch trotzdem dann einfach so ein Fünf-Kämpfe-Rang sein. Warum habe ich jetzt gewechselt? Ich habe doch gute Chancen eigentlich. Warum habe ich gewechselt? Ich weiß es nicht. Ich hätte nicht wechseln sollen. Das war blöd. Ach, Mann, 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 Mann. Bis der was gemacht hätte, hätte ich doch schon gut Schaden gedrückt. Jetzt er kommt wieder mit seinem Kraftkulose. Und dann bin ich eh wieder am After. Einmal abwehren, bitte. Aber nimmt er jetzt nicht seinen Angriff weg. Angriff sinkt, Verteidigung sinkt und jetzt mache ich wenigstens mehr Schaden. Ich glaube, da kann ich den zweiten Move von ihm sogar jetzt durchgehen lassen. Weil der mir gar nicht mehr so gefährlich wird. Hä? Guck. Guck da hier. Hast du das gesehen? Das ist Taktik, mir selbst ein Bein zu stellen und mich dann aber wieder hochzuziehen. Aufrichten, weitermachen. So ist das. So muss das. Jetzt durchgehen lassen. Schon wieder vergessen, was als erstes drin war. Kraftkulose. Ja, wir holen mal hier Günther rein. Jetzt kommt er bestimmt mit seinem Dialga wieder zurück. Ja, kommt mit Dialga. Egal, dann mache ich jetzt halt den Togakiss-Move. Und jetzt hat er Sackjahn. Aber noch zwei Schilder. Bitte booste mich. Ich habe es noch nie so ernst gemeint wie jetzt. Das passt. Was nicht passt, sieht er gleich. Ich brauche dich nochmal. Bitte. Mehr ab. Ja, aber Giratina gegen... Verteidigungen sind stark. Giratina. Der müsste halt seinen Move voll haben. Dann vielleicht. Aber der ist halt... Das ist hier nichts. Da ist schon wieder... Dialga ist schon da. Giratina. Geist. Stahl. Drinnen. Aber der hat Drachen-Moves. Der fegt mich weg. Ich müsste schnell was einsetzen. Aber er hat eh noch zwei Schilder. Das heißt eigentlich... Ist egal. Der macht zu viel Schaden. Der drückt zu viel. Der drückt mich aus wie ein Pickel. Guck mal. Ich habe da so einen Move. Ja, das interessiert mich doch nicht. Guck mal meinen Move an. Nein. Ich weiß, dass du viel Schaden machst. Das brauchst du mir jetzt nicht auf die Nase binden. Das Dialga ist auch so ein Ding. Da kannst du dich auch auf die Straße legen. Das könnte über dich drüber laufen, ohne dich zu verletzen. Weil es halt so wuchtig ist. Hättest du doch den einen Move noch gemacht jetzt. Es war doch noch voll. Ja, gut. Also fünf wären es nett. Ich will eh nur drei. Hätten sie dann nicht immer hinschreiben können bei dem Rang, dass man so sieht, 10 von 20 gewonnen. 13 von 20. Dass man genau weiß, wie viele man braucht. Ich meine, das kann man ja vorher einsehen immer in den Übersichten. Aber als ob wer sich das vor zwei Monaten angeguckt hat, das jetzt noch weiß, was, was, wie, wo war, Ich brauche das live und aktuell und in Farbe. Metagross. Erstmal wieder zu spät geschalten. Aber jetzt sind wir ja da. Und können die Metawurst immer noch verletzen. So. Sternenhieb. Sternenhieb. Ebony and Ivory, kennt man. Ist schon der Spukball voll. Kann der jetzt einen Spukball machen. Haut der den noch raus. Wie mache ich es denn sowieso, wenn ich am 14 bis 17 Uhr morgens stream und 18 Uhr ein Ausbeute-Video zeige? Dann brauche ich danach keine Ramses Kitchen-Folge mehr machen. Das wäre ja Quatsch. Ich mache eigentlich Sonntag immer eine. Dafür, dass ich Montag um 10 keine mache. Dann mache ich halt dafür an Montag um 10 eine und haue schon wieder den Kanal voll mit lauter Gulasch. Genau. So musst du es machen. Das ist wichtig. Wir brauchen mehr Gulasch. Schreibt es euch hinter die Ohren. Hängt euch nicht das Gulasch dahin. In der Sonne, da fängt das immer an. Und das ist eklig. Also kein Gulasch hinter die Ohren hängen. Nur schreiben. Guck mal, der macht schön Konfusion. Das heißt, er braucht. Der hat gefühlt eh schon wieder zwei voll. Da denkst du so, ah, ein Schild. Okay, und dann der, oh, ich habe noch einen hier. Und du, oh, er hat noch einen. Das machen die so. Guck. Weg. Hä? Verstehe ich nicht. Warum stirbt er denn mit zwei Schilden? Wo hat er denn da wieder reingeguckt? Ganz einfach. Ohne Schilder gewinnen. Wäre bei mir gewesen. Eins zu eins. Das sieht doch schon mal gut aus. Da liegen die Treppenstufen. Und Mama Mia, Pizzeria, Mama Mia, liegt auch noch auf Tisch. 12, 28. Oh Mann. Kennt ihr das, wenn ihr so eine innere Unruhe habt? Das bestimmt, weil ich heute noch kein Bier getrunken habe. Und gestern auch nicht. Und weil ich ja generell eigentlich nie so viel Bier trinke. Immer nur, wenn Gäste da sind. Dann trinken wir mal ein Bier. Und dann steht gleich wieder der Eindruck, das säuft doch jeden Tag. Das erklärt einiges. Aber irgendwie, ja, hat man immer so eine Unruhe in sich. So ein bisschen. Auch wenn man nach außen hin so total müde und schläfrig wirkt. Ist so. Hat man irgendwie auf der anderen Seite ist so. Es ist alles. Es ist, wie es ist. Genau. So ist es nämlich jetzt. Heute Abend kommt Wrestling Smackdown. Ich bin so gespannt. Ich würde es ja so gönnen, wenn der Roman Reigns einfach alle Gürtel kriegt. Und den Diven-Champion-Titel noch hinterher. Das wäre so lustig und würde total passen. Ich weiß, die Leute können den nicht mehr sehen. Aber wie du von einem Thema ins andere kommst, plötzlich redest du von Wrestling. Ich weiß, es gibt ja neben 10 GBLern gibt es auch 5 Wrestler in der Community. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass man da über das Wrestling redet. Weil die Wrestling-Restler-Leute werden ja auch irgendwo angesprochen. Steinhage. Ich bin so guter Dinge, dass jetzt gleich hier der Flammenwurf voll ist. Und er denkt sich, ach, der kann doch eh nichts. Und lässt den durch. Und wenn nicht, ist wenigstens das Schild weg. Oder? Yes, Baby! Der hat reingesammelt. So will ich das. So möchte ich das. Hau mich bitte weg. Ich schilde auch jetzt nicht. Denn den, der hat ausgedankt. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Frage ist nur die Yalga oder Giratina. Natürlich Giratina. Das ist eigentlich gar keine Frage. Habt doch hier Geist. Zack, zack. 2, 2. 1. Was ist das? Auch noch Giratina. Da können wir jetzt aber mit dem Spukball kommen. Muss er nämlich abwehren. Und dann können wir den zweiten Spukball voll machen. Können so lange seinen Move abwehren. Was auch immer er vorhat. Und dann sind wir eigentlich schon am Start. Nö, er stirbt lieber mit Schild. Er ist halt der Beste. Und gibt auf. Meisterliga on the rocks. 3 von 5. 2 noch. Also 2 zu 1 bis jetzt. Es ist 38. Wir haben noch. Zeit. Das wird locker. Bis 45 habe ich die zwei durch. Und mache ein viertes Set. Es ist ja nicht am Montag oder am Mittwoch. Manchmal am Mittwoch habe ich gesagt, ich nehme schnell noch eine Stunde GWL auf. Von 12 bis 13 Uhr. 13 Uhr war schon Marida hat geklingelt. Weltuntergang. Deswegen musst du das jetzt machen. Melmetal. Jetzt mag ich das Set aber nicht. Da wechsle ich lieber gleich auf Giratina. Wenn er jetzt auch wechselt, dann stehe ich ja auch wieder da. Warte mal. Ich glaube, hier wäre es günstiger gewesen, immer direkt auf Spukball zu gehen. Das ist ja nur zwei Drücker danach voll. Weil wenn er schildert, er schildert ja sowieso. Und dann schildert er nicht. Toll. Ich brauche das. Das muss ich jetzt. Das Giratina muss überleben. Jetzt können wir aber auf Spukball gehen. Dass vielleicht, wenn er durchlässt, es trotzdem irgendwie erstmal fetzt. Wir saufen bis wir umfallen. Siehst du? Hat er nicht mitgerechnet. Hat er fein gemacht. Und jetzt noch einen kleinen. Oh Mann. Ich muss. Ich muss. Es tut mir leid. Und dann kommt Melmetal und macht den Rest. Und dann war es trotzdem sinnlos. Leider. Leider war es sinnlos. Leider ist es sinnlos. Leider ist es halt total so, wie es eigentlich nicht sein soll. Aber ich weiß gerade nicht anders. Er hat ja noch ein Schild. Er holt ihn auch wieder zurück. Und er macht auch schon einen Move. Und ich habe einfach gar keinen mehr. Jetzt einen Steinhagel könnte ich doch noch überleben. Oder? Sag was. Tod? Hol kein Toggekiss hier rein. Hol die Jager rein. Dann kriege ich gleich wieder einen Kraftkoloss ab. Achso. Ich habe eh kein Schild mehr. Ja dann. Hat sich es eigentlich schon erledigt. Jetzt hätte ich schnell nochmal auf Toggekiss wechseln müssen. Kraftkursloh. Ein Kraftkoloss. Jetzt hat er weniger Angriff. Aber er setzt den Zweiten hinterher. Der trotzdem ausreicht. Trotz weniger Angriff. Seht ihr das? Kraftkursloh. Ach komm. Eigentlich ist mir das doch wurscht. Dann hol halt einen Graudon. Dann mach halt einfach irgendwas. Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe immer bis zum Schluss. Aber ich weiß jetzt, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr hat. Graudon. Sieht doch super aus. Ich finde Graudon immer noch mein Lieblingslegendäres. Es ist nützlich. Es hat eine prächtige Farbe. Es hat eine tolle Shiny Farbe. Der Look einfach. Das Design gefällt mir mächtig gut. Es ist richtig klotzig. Und fett. Graudon. Deswegen mein. Ich weiß nicht. Ihr steht alle auf Rai Quarza. Die Feuer-Schnur. Ich liebe Graudon. Und zufälligerweise ist Graudon natürlich auch das Kanal-Maskottchen für diesen Monat geworden. Deswegen begleitet uns das ja hier. Ihr seht. Ihr seht schon. Das war es. Und das seht ihr. Das ist das war. Feuerschlag. Das war es immer noch nicht. Dann ziehe ich jetzt rückwärts Saldos durch. Und lad mir nochmal einen auf. Dann braten wir nochmal einen an Storch. Und jetzt kommt das Mel-Metal wieder nahe. Was ja nicht viel Schaden macht. Und wir wechseln uns dann an die Hälfte Energie. Naja. Wenn ihr GBL-Leute sucht. Die entspannt sind. Dann seid ihr hier genau richtig. An der richtigen Stelle. Ich bin ja kein Ellodrixx. Der rumschreit wie ein Blöder. Das ist wieder was ganz anderes. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt so die einen. Die einfach nur Wutanfälle haben. Und rumschreien. Und sich aufführen. Und dadurch bekannt werden. Dann gibt es die anderen. Die chillen. Dann gibt es irgendwie mich. Und das kann man gar nicht zuordnen so richtig. Das ist auch schwer zu erklären. Irgendwie nicht normal. Wer von sich selbst sagt, dass er nicht normal ist. Der will einfach, dass die Leute denken, dass er nicht normal ist. Und dabei ist er eigentlich auch nichts anderes. Hier schilden wir mal ab. Denn das wird ein Eisenschädel. Das kenne ich schon. Das habe ich schon gesehen. Wir machen mal hier weiter. Das sieht auch super aus. Also egal welcher Drache euch entgegengesetzt wird. Togekiss ist immer eine gute Wahl. Meinialka hebe ich auch auf. Er hat auch mal ein Schild verloren. Das klingt gut. Das sieht gut aus. Das ist wunderbar. Wir schilden nochmal natürlich. Kriegen den Rest hoffentlich jetzt so hin. Eins, zwei, drei. Jetzt hauen wir mal einen Mewtwo rein. Giratina. Oh yeah. Schildet er. Er schildet. Dann kann ich den Rest ja jetzt so runterfummeln. Das reicht mir, glaube ich. Und dann habe ich ja auch einen Giratina. Das muss ich ihm dann erstmal zeigen. Aber erstmal schauen, was er da so macht. Fast noch Antikkraft geschafft. Und ich würde jetzt wahrscheinlich schon die Yalga holen. Weil ich mir dann denke, er hat ja keine Schilde mehr. Ich könnte ein Drago mit dem Ohr aufladen. Und hier an ihm schon mal ein paar Auflade- Moves. Also ein paar... Ich könnte hier schon mal aufladen. So, das war doch alles, was ich sagen wollte. Jetzt wechsle ich aber, weil ich Angst habe. Weil der kann ja Feuer. Und dann brennt er mich weg. Also wechsle ich schon mal. Also wechsle ich schon mal, damit auch ja der Drago-Meteor irgendwann voll ist. Und gucke, was er macht, wenn er mit seinem hässlichen Sturzflug ankommt. Und seine Verteidigung sinkt. Und ich trotzdem hier mal eine Unheilböe drauf zimmern will. Sodass er mit dem nächsten Sturzflug mich umbringt. Hoffentlich keinen Move mehr hat. Und mein Drago-Meteor ihm den Rest geben kann. Obwohl ich vielleicht einfach mit einem normalen... Nicht Drago-Meteor, sondern mit einem normalen Eisenschädel auch zum Sieg komme. Aber vergesst alles, was ich gesagt habe. Ihr seht ja nicht wie schon fertig, denn das Girardina hat den Rest gemacht. Das sieht auch wieder mal wunderbar aus. Du hasst. Du hasst mich. Und das müsste der fünfte gewesen sein. Weiter. Wir haben die Pokémon-Belohnung. Ein Quabbel erscheint. So. Quabbel. So sieht es nämlich aus. Was? Das holen wir noch ab. Das holen wir noch ab. Jetzt Rang. Nein! Immer noch nicht 19. Es fehlt... Gefühlt fehlt ein Kampf bis zu 19. Äh, ein Sieg. Aber wir müssen trotzdem durchziehen. Dass wir die Punkte dann fürs andere zusammen haben. Quabbel ist auch schlecht. Ist egal. Gladiandri. Falls jemanden Shiny Bonita bekommen hat mit dem Haltstuch. Meldet euch. Ich biete euch ein Shiny Gladiandri. Das ist doch total selten. Oder Shiny Rabauts. Das ist doch total selten. oder Shiny Farbiegel. Oder Shiny... Keckleon. Das ist doch total selten. Also könnt ihr gerne mitmachen. Wer lädt hier ein? Der Speck lädt ein. Das wollen wir nicht. Und gehen jetzt hier aufs letzte Set. Hä? Ach hier. Kämpfe. Da muss ich doch hin. Einmal kämpfen. Meister Liga. Und am Ende bist du Sieger. Vielleicht wird das auch die letzte GBL Folge. Ramses Minus. Werden. Ever. Und deswegen. Falls ich wirklich Rang 20 werde. Und auf Rang 20 ja eigentlich nur 5 Kämpfe machen musst. Und ich dann von Rang 20 auf 21. Nach meinen 5 Niederlagen sowieso auch schon 21 bin. Dann machen wir halt heute eineinhalb Stunden. Huch. Einmal müssen wir schilden natürlich. Den zweiten nehmen wir so mit. Und Togekiss ist wie ihr wisst ja. Ist ja immer gut. Der Wahl ist das. Bevor das fertig ist. Dachte ich mir schon. Lassen wir es jetzt durch. Ein Schild brauche ich auf jeden Fall noch. Hätte ich am Anfang nicht 30 Minuten rumgeheult. Sondern gleich mal hier auf die Kacke gehauen. Dann wäre ich wahrscheinlich mit dem Set schon im nächsten Set gewesen. Und dann hätten wir es schon geschafft. Ansonsten. Habe ich einen Denkfehler? Ich weiß nicht. Irgendwas passt nicht. Oder doch. Muss. Du kriegst doch auf Rang 19. Schon die Top-Lade-TM. Sodass du eigentlich nichts anderes mehr machen müsstest. Und wenn ich die dann schon habe. Dann ist ja eigentlich schon alles geklärt. Und dann kann ich doch. Ich kann ja jetzt nicht Dialga reinholen. Gegen Groudon. Das wäre nicht so gut. Aber eigentlich brauche ich Dialga. Oh ich hole jetzt trotzdem Dialga rein. Weil es sieht ja gut aus. Dass ich den Rest mit ihm so mache. Egal was der macht. Ich mache einfach so. Und habe die Jäger immer noch dagegen sein Metagross am Start. Erdbeben. Nix. So. Und jetzt macht euch hier mal kaputt gegenseitig. Metagross. Mann. Ist es ein... Der Kraftkoloss hat ja der andere. Der kann Erdbeben nur. Erdbeben. Mach da. Bin halb weg. Schaffe ich noch einen Eisenschädel? Ja. Wird es noch ein Schild rauslocken? Vielleicht. Reichen die Quick-Woofs dann von Giratina? Nein. Bin ich mir da sicher? Ja. Ja. Oh mein Gott. Mach einmal Unheilböen. Der muss nur zweimal Sternenhieb machen. Dann war es das auch mit mir. Einmal. Noch einmal Sternenhieb. Dann war es das. Er hat noch ein Schild. Er kann das abwehren. Wenn ich den Unheilböen vor dem Sternenhieb hinkriege. Dann habe ich gewonnen. Aber Sternenhieb lädt auch relativ schnell. Und ich glaube, er wird den Sternenhieb nicht voll haben. Ich, aber mein Unheilböen. Er hat kein Schild mehr. Das müsste mein Sieg sein. Zack. Weg. Fertig. Boss. Zack. Weg. Fertig. Boss. Ein Boss zum Mitnehmen, bitte. Ja, mach ruhig weiter hier. Komm, mach weiter jetzt hier. Lass dich mal nicht. Ich krampfe doch nicht so mit der Hand rum. Das erinnert mich schon wieder an wen. So. Bleh. Bleh, bleh, bleh. Das würde aber trotzdem ein perfekter, passender Abschluss sein. Wenn man sagt, das ist die letzte Folge Ramses Minus. Danach stampfen wir das Format ein. Ich habe offiziell die Zusammenarbeit mit The Silk Road beendet. Deswegen kann ich kein Ramses Minus mehr machen. Rates für Zuschauer wird eingestampft. Weil wir haben ja die Fanrates reduziert und erhöht. Ich starte einfach mal neu. Ich habe doch keine Geduld. Das dauert mir immer alles zu lange. Und deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal rein. In der Zwischen kann ich hier Werbung machen für das super geniale Surf. Naturell neu. Birnen Wassermelon Geschmack. Mit Gebirgswasser aus den Alpen. Pupsi hat gedacht, das wäre eine Limonade. Ich habe gesagt, nee, das ist Wasser. Mit Geschmack. Da hat sich gesagt, iiiiih, das kannst du trinken. Deswegen kriege ich das jetzt. Weil ohne Säure kommt bei Pupsi nix in die Tüte. Schmeckt halt irgendwie einfach nur noch süß. Aber ich glaube, mit Kohlensäure wäre es irgendwie schlimmer. So ist es trotzdem irgendwie erfrischen. Irgendwie, irgendwie, irgendwie. Sehr effektiv, sehr effektiv. Naja, mal schauen, wer hier den effektivsten von uns hat, ne. Stromstoß, traue ich dir zu. Ja, der vielleicht zwei sogar geladen. Verteidigung sinkt der Arme. Das tut mir jetzt aber gar nicht leid. Jetzt hat er einen Kraudon mit ins Spiel gebracht. Ich habe vorhin Giratina gehabt. Das hat voll reingebäscht. Aber ich weiß ja nicht, was er noch hat. Das heißt, ich bleibe einfach jetzt mal hier drin. Was will er denn machen? Er kann seine Bodenmoves gegen mich machen, aber die bringen ihm ja nicht viel. Er könnte Feuerschlag vielleicht machen. Gegen, zieht vielleicht Hälfte ab. Feuerschlag, da. Hälfte. Also, pff. Ist mir eigentlich auch wurscht. Ich schildere aber trotzdem jetzt mal, weil ich eine kleine Pussy bin. Dann seht ihr, dass er immer noch zwei Schilde hat und ich irgendwie gerade schon wieder nur Kacke mache. Ah, fabelhaft. Und ein Schild ist weg, wenigstens etwas. Wenn ich Glück habe, überlebe ich sogar noch einen Feuerschlag. Hm? Hm? Yes, baby! Er wechselt einfach raus. Auf, Knackrag! Da mache ich wieder Rückwärts-Saldos. Da braucht er mir nichts erklären. Ich habe sogar noch mal einen Antikkraft voll. Und dann nehmen wir natürlich dann die Alga für den Rest. So. Oh, und jetzt habe ich durchgedrückt. Ich bin so bescheuert. Hier, dann komme ich halt jetzt rein. Oh, jetzt hat er schon angegriffen. So eine verdrückte Reihenumkehr-Folge. Sandgrab. Nicht Sandra, Sandgrab. Ich sage noch, ich hole die Alga rein. Und was macht er? Geht auf Giratina, weil er einfach keine... Weil die Finger so dick sind wie eine Bockwurst und da sieht er nicht, was los ist. 2.133. Ja, weiter. Komm, hier. 53. Noch 7 Minuten. Muss noch 3 Kämpfe machen. Wie habe ich das vorhin geschafft? 2 waren... Ach, was... Der hat doch so lange geladen. Der hat so lange geladen. Deswegen hat mir das die ganze Zeit geraubt. So, dass ich hinten aus jetzt ein bisschen Probleme habe. Knackrag passt mir aber wieder. Und er wechselt direkt... Oh, nein! Ich bin auf die Alga gekommen. Ich wollte auf Giratina. Du siehst oben nur und denkst, du musst wechseln. Dann wechselst du natürlich aufs Falsche. Schlagbohrer. Au! Voll in die... Das wird bestimmt jetzt ein schneller Kampf werden. Ich könnte mich auch einfach umbringen lassen. Obwohl am Anfang... Ich hätte doch den Wechselvorteil gehabt. Aber der hat jetzt halt einfach mein... Mein Ding hat er halt jetzt kaputt gemacht. Das ist nicht so schön. So. Da kommt halt jetzt Giratina. Lässt einen durch. War, glaube ich, nicht so krass. Macht ein bisschen was. Nochmal Steinhagel. Nummer zwei. Schnauft was. Hälfte. Schafft es doch wenigstens einmal Unheilwöhn zu machen. Nein! Togglekiss kommt natürlich. Dafür aber ein Spukball jetzt. Und jetzt kann ich ja auch auf Togglekiss wechseln gleich, oder? Kann ich nicht schon wechseln? Ja, ich kann und wechsel auch auf Togglekiss. Und er hat keine Schilde mehr. Und ich habe noch zwei. Und ich bin ja auch im Vorteil gegen seinen Knackrack. Und er ist sowieso doof, weil da hat er so einen Blütenkranz am Kopf. Das heißt, ich schilde jetzt so alles ab, dass ich dieses Togglekiss bis zur Unendlichkeit mitnehme. Und er einfach keine Möglichkeit hat, irgendwas zu machen. Ich dachte, es ist vorbei. Aber irgendwie haben wir es jetzt nochmal rumgerissen. Es dürfte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Ihr seht, er fort. Knackrack kommen. Ja gut, kommen halt mit Stalobor. Ist mir auch recht. Ich schilde ja. Habe ich ja schon angekündigt. Angedroht, habe ich das. Steinhagel. Und jetzt? Da ist Knackrack. Aber Knackrack hat noch komplett voll. Das habe ich nicht gesehen. Wie kann das sein, dass er voller hat? Da habe ich nicht am Anfang ein paar Rückwärtsseildos gemacht. Naja. Machen wir mal so und so und so. Und bleiben einfach drin. Und wechseln doch mal oder nicht? Ne, ich will ja nicht wechseln. Der hat bestimmt jetzt fünfmal sein Move voll. Wenn jetzt Giratina reinkommt, zündet er gleich fünf hintereinander. Schnell! Unheilböden! Nein! Tot! Das wusste ich, dass das so kommt. Ich wollte es nur spannend machen. Hängt nicht. Drei. Pokémon-Belohnung ist am Start. Hallo Pupsi-Bärchen, was suchst du denn? Zu essen. Zu essen. Ich wollte mich gerade wieder am halben Kühlschrank mit Essen bestellen. Weil ich auch so viele Fleisch, seit ich Bock habe. Hm. Und dann war ich auch die Woche und dann ist die Woche noch das Essen im Essen. Das ist sehr gut. Kannst du mal gucken im Kühlschrank, ob du die Barbecue-Soße von Sidos Beste irgendwo findest? Die wollte ich doch mal testen. Denn wenn die einmal auf ist, dann kann man die sich doch auch immer auf den Hamburger oder so draufknallen. Oder selbst wenn du dir mal Pizza machst, kann man da doch auch einen Klecks draufknallen. Ich wollte dir ja nur eine Aufgabe im Leben geben noch. Ich muss noch sehen. Hm. Da musst du ein bisschen GWL spielen. Da vergeht einem automatisch der Appetit. Da ist es die... Ja, dann bestellst du es doch schon. Dann liefern sie es halt an 17 Uhr. Nicht? Ich habe aber jetzt Hunger und ich habe dann wieder so viel gemacht, dass viel zu viel ist. Und wenn ich jetzt was esse, dann kann ich ja dann um 16 Uhr oder 17 Uhr noch weniger als ich jetzt schaffen würde. Hört ihr das? Ich kann mir jetzt bestellen, dass ich den ganzen Tag dran rum essen kann. Aber wenn ich dann wieder 17 Uhr halte, dann bin ich wieder rum. Das ist ja richtig schlimm sowas, ne? Ja. Das ist... Wie soll man da überhaupt noch... Das existieren? Hm. Das glaube ich dir. So, dann wechseln wir mal aufs Dialga. Obwohl wir kein Schild mehr haben. Boah. Ich sag, der macht... Ne, der hatte nur Erdbeben. Erdbeben fetzt ganz weg. Es kommt rein. Er hat Mewtwo. Ich habe keine Ahnung. Ich mache Flammenwurf. Das war's für mich. Er hatte noch ein Schild. Und ich werde nie wieder den Flammenwurf vollkriegen. Vorher bin ich tot. Das weiß ich jetzt schon. Da. Schild. Rückwär... Ja... Er macht halt einfach noch einen. Was machst du da jetzt? Ein Burger. Hm, Burger? Aber du hast doch noch gar nicht die Sidos beste Barbecue-Sauce rausgeholt. Nächster Kampf. Das dürfte jetzt aber der fünfte sein. Drei geworden, einen verloren. Der fünfte entscheidende kommt jetzt. Absolut. Kampf beginnt. Rams ist der Dichte. André Taker. Der ist auch auf 18. Ich würde es ihm ja gönnen, dass er auch die 19 erreicht. Denn ich denke, mit meinen drei Gewonnenen bin ich auf 19. Und brauche das hier gar nicht mehr. Trieke Fahlo? Na, da hat er mich jetzt aber an der Lunte gepackt. Oh mein Gott. Und das ohne Bratwurstzange. Hupsi. Stell dir das mal vor. Das ist jetzt durchlassen. Den brauche ich ja eigentlich für Melmetal. Was war das letzte? Mit Chickenrolle? Mit Nuggets drin oder was? Ja, vielleicht hast du ja aber Zeit bis nachher, dass du merkst, dass fünf verschiedene Gerichte beim Döner-Mann einfach zu viel sind und dich trotzdem nur auf zwei, drei einigst und nicht auf fünf. Und dann ist es doch was Gutes gewesen, dass der jetzt nicht da ist. Vor allem, weil du ja jetzt eh isst und dann eh keinen Hunger mehr hast. Du schaffst ja wahrscheinlich nicht mehr diesen kleinen Fertighamburger aus dem Dings und lässt die Hälfte übrig. Ich fühl mich jeden Tag so. Knark. Knark, rark. Da können wir doch wechseln. Und er natürlich auch. Und er kommt mit Melmetal. Ich hab's doch gewusst. Du bringst auf jeden Fall eine ziemliche Unruhe hier rein. Kaum raschelst du da rum, fangen die Katzen alle an sich zu bewegen und rumzudingsen. Vor allem, ich bin in meinem Element, weißt du. Und ich rede da und bin voll in der Sache drin. Und dann kommst du und will aber nur noch belanglosen Smalltalk über Gott und die Welt. Da ist doch überhaupt gar nichts mehr was mit dem... Kein Wunder, dass die Leute massenhaft abspringen und sich nicht mehr mit GBL befassen. Das ist wie RTL 2 hier, ne? Mitten im Leben. Da hörst du da die Gelüste einer Dame. Toll. Eins, zwei, drei. Ich bin noch nicht weg. Ich bin immer noch da. Und jetzt? Was mache ich jetzt mit dem Knarkrag? Nichts, weil das Knarkrag macht nämlich was mit mir. Und dann hat es trotzdem noch ein Schild. Ein Hut an Fall. Das ist... Da gönne ich es ihm doch. Dem André Taker, ne? Wieso kommt mir der Name bekannt vor? Ja, ist eine Ableitung vom Undertaker, aber... Kennt man ihn? War das einer von... Aus... Community-Kreisen irgendwo her? 19 Ist am Start Top-Lade-TM Yeah, baby! Jetzt zeig ich mir mal das, weil das ist ja besser als das andere. Und es ist ein 15, 10, 14. Und passt auf, weil es ja die letzte Ramses-Minus-Folge ever ist. Und ihr seht, wir haben hier überall nur Belohnung. Pokémon-Belohnung. Werden wir von 19 auf 20 gehen mit diesem Set. Selbst wenn wir alle 5 verlieren, sind wir glaube ich auf 20. Wichtig ist also rauszufinden, ob wir 5 Pokémon-Belohnungen kriegen, oder nur 4, oder 3, oder 2, oder 1, oder Demeteros... Ach so, meine Güte. Flug und Gestein? Da bin ich doch eigentlich nicht gut gegen. Nee, Boden. Boden und Flug? Hä? Das heißt, er ist ja richtig blöd. Wir lassen es einfach mal durch. Nee, warte, er kann bestimmt trotzdem Steinkande. Ach, es ist die Tiergeistform. Es ist nicht die Wolke. Was macht der Steinkande? Weg! Ah! Ich habe noch nie gegen Demeteros gekämpft. Ich möchte es nochmal dazu sagen, betonen. Ja, dass ich mir das auch wirklich glaube. Da siehst du den Mozart mit der Mozart-Frisur. So, findet ihr das eigentlich gut, wenn Pupsi zwischendurch immer kommt und erzählt, was sie alles bestellen will und dass sie das Problem der Welt hat, auf ihren Schultern trägt, dass sie eben nicht jetzt schon alles bestellen kann, weil noch zu ist, oder ist das eher unpassend und störend? Sollte ich sie einfach machen lassen und mich aufs Wesentliche konzentrieren? Gut gemeinter Rat. Giratina dürfen wir nicht nehmen. Wir nehmen also die Jalga, sind sehr effektiv gegen Raik Harzer. Das ist auch sehr gut. Wir haben noch Eisenschädel am Start. Das brauche ich auch. Ich muss, ich darf ja nicht Giratina reinholen. Deswegen machen wir es so. Weil die Drachen, die Drachen, die Drachen machen meine Drachen kaputt. Aber meinen Drachen Giratina, das kann ja nur mit, warum auch immer, weil ich blöd bin, habe ich dem natürlich nur Geist gegeben. Und deswegen müssen wir es so machen. Wir müssen schauen, dass wir ihn hier runter klatschen. Schild. Rest so. Und jetzt vielleicht kommen. Nein, er haut eine Attacke raus. Das kann noch nicht sein. Ich wollte erst wechselnd den Rest mit Giratina machen, weil der noch voll hat. Nein. Jetzt hat er natürlich immer noch sein blödes Schild. Und nochmal eine Attacke und nochmal eine Attacke und nochmal und nochmal und nochmal. Adi, ich gucke wie du, weil ich es genauso dumm finde einfach nur. Hätte ich halt gewechselt den Rest damit gemacht, dann hier einfach was drauf und er mich umgebracht und nicht dann, wenn er kein Schild mehr hat, den Rest mit Dialga gemacht. Nein, natürlich nicht. Hat nicht funktioniert und dabei war ich mir gerade sicher, dass das passt und es passt nicht. Und er hat schon wieder seine hässliche Attacke voll. Das ist nur, weil es jetzt so nach Burger hier riecht. Wenn Männer Fleisch wittern, dann werden die wie Tiere. Da werden die aggressiv, da tropfen die Zähne, da fangen die Augen an zu bluten. Lauter so ein Schnulli. So, Sir. Das war nix. Fünf Pokémon-Belohnungen werden es schon mal nicht. Los Toggekiss, los die Jäger. Da bleibe ich doch natürlich wieder drin. Vier, fünf, sechs, fünf. Egal, ich bleibe drin. Wenn ich jetzt wieder wechsle, dann habe ich ja eh wieder verloren. Also bleibe ich drin. Das habe ich auch so gesagt. Das wird bestimmt ein Eisenschädel. Was will er auch sonst machen? Mach dich start, klar. Evil-Tal. Naja, bin ich halt nicht gerüstet, wenn da einer so ein Evil-Tal herbringt. Das ist gleich mein zweites Schild weg. Aber das ist es mir wert. Man kann den Rest ja jetzt so tun, oder? Was hast du? Hast du noch was? Das ist Mewtwo. Wäre ich ja sowieso weg. Mewtwo brauchst du mir gar nicht hier ankommen. Rückwärts. Saltos. Boost bleibt aus. Schild ist noch da. Der geht aufs Haus. Sagt er zum Schronensteinfeger. Psychostoss. Giratina reinholen. Also für die kleinen Schilde rauslotsen wäre das ja gut. Und wenn der sowieso nur Psychostoss hat. Ich glaube nicht, dass der beides hat. Vielleicht hat er nur Psychostoss. Ich werde es rausfinden jetzt, ob er Spukball hat. Als zweiter Tage. Ja. Hey. Yo. Und? Bevor der jetzt angreift, ist er aber weg. Auch wenn der jetzt schildert oder so, ist egal. Weil er schildert auch nicht. Er kommt mit. Er hat noch einen Drachen in Pedo. Hauen wir auch mal raus. Wir hauen deinen Drachen in Pedo. Ja. Wenn der da oben ist, hat er bestimmt Erdkräfte. War also auch wieder sinnlos. Ne. Er hat nur Sandgrab. Gut. Das beeindruckt mich jetzt gerade noch nicht so sehr. Nochmal Sandgrab vielleicht. Den kann er auch 50 mal machen. Hau das Schild raus. Hau das Schild raus. Vielleicht hätte ich dem Giratiner doch einen normalen Drachen Quick Move geben sollen. Dass der gegen die anderen Drachen auch wenigstens irgendwas ausrichten kann. Weil er richtet ja nichts aus. Er macht ja wirklich gar nichts, wenn du das so betrachtest. So, er ist fort. Er ist fort. Eine Pokémon-Belohnung haben wir freigeschalten. Eine. Bis jetzt. Und da mein Ziel ja sowieso immer ist, drei Kämpfe zu gewinnen. Und da ich die Pokémon-Belohnung kriege, könnte ich hier mit drei, sogar drei Pokémon bekommen. Drei Stück. Und ab 20 gibt es Legendäre. Nur, dass ich ab 20 nicht mehr spiele. Es also sowieso eigentlich Quatsch ist. Toggekiss Mammutel. Da müsste ich doch eigentlich wieder wechseln. Aber wir geben uns ja beide böse. Ja, mit irgendeinem Drachen brauche ich auch nicht ankommen. Also eigentlich muss ich mit dem drin bleiben und muss das mit dir machen. Endlich darf ich auch mal einen Move machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, Antigra hat geschildert. Ich habe geschildert. Beide haben geschildert. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Der wird eh noch irgendeinen Drachen bei sich haben. Der wird noch was anderes haben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie oft oder wie schnell der das einsetzen kann. Der ist weg. Wir haben ihn schon ein bisschen aufgeladen und er kommt rein mit. Hat er noch Stahl in der Buchse? Hat er was ganz anderes? Er hat selber Mewtwo wieder am Start. Ein Move drauf. Lass ich ihn jetzt so. Wechsle ich auf Giratina vielleicht. Komm, ich wechsle jetzt einfach auf Giratina. Ich, 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 ich opfer das halt jetzt. Ich weiß nicht, was er sonst noch hat. Der würde einen Spukball auf jeden Fall überleben. Ja. Ah, und er wechselt wieder raus auf die Jalga. Kommt, ein Spukball. Der war doch voll. Den einen hätte er wenigstens mitnehmen können. Nein. Und jetzt kann er ja einen auf schlau machen. Und kann einfach einen Dragomeleon zünden. Der ist eh fertig. Mit der Welt. Und er hat sogar einen. Und macht auch einen. Ey, meiner war so weit weg noch. Wie konnte der den jetzt schon voll haben? Das ist so gemein. Ich spiel nie wieder GBL. Ja. Super. Zwei übrig. Oh. Verloren gewonnen verloren. Molli, wir können immer noch die Pokémon-Belohnung Nummer 3 erreichen. Gib nicht auf. Schau, dass der Kampf beginnt. Und dann pass auf, was passiert. Apollo Husker. Apollo Husker. Melmetall. Hm. Da muss ich ja wieder wechseln. Was soll ich denn sonst tun? So. Na, weiß ich, dass er auch wechselt. Ach, Groudon. Hört doch auf. Groudon. Darf ich jetzt schon aufgeben? Das erste Matchmaking. Hätte er Groudon drin und ich doch gekisst, dann hätte er gewechselt. Das wäre mir recht gewesen. So rum mag ich es halt jetzt wieder gar nicht. Obwohl, warte mal mit Groudon. Eigentlich kann er mit Groudon noch gar nicht wirklich was machen gegen mich. Haben wir doch auch schon festgestellt. Ich hätte meinen Giratine aber vielleicht trotzdem beschützen sollen, dass ich es einfach habe. Bis zur Unkenntlichkeit. Unendlichkeit. Nicht unkenntlich. Wir wollen es ja nicht verprügeln. Mann. Also erstmal chillen. Er wehrt sogar ab. Er wehrt ab. Er wehrt ab. Er hat noch einen Move. Lass mal durch. Wir müssen die Schilder für Melmetall irgendwie. Abgrundsklingeln. Abgrundsklingeln. Ja toll. Abgrundsklingeln. Jetzt hat er es uns gezeigt. Und er schildet nochmal. Also er schildet nicht. Er haut uns nochmal raus. Brauche ich eh nichts machen jetzt. Toggekiss brauche ich nicht reinholen. Hol ich die Yalga rein. Mach kurz so. Kommt er mit seinem Eisenklotz. Stehe ich blöd da. Hab noch zwei Moves. Aha. Jetzt kommt er hier mit. Kyogre. Gut dann wechsle ich jetzt auf. Und er auch. Ach leck mich doch. Molly. Wie sonst immer wenn ich dich streiche. Und du beginnst dann immer meine Hand zu schlecken. Das ist immer sehr schön. Da freue ich mich immer. Lass halt durch. Ich hau halt einfach alles weg. Egal. Motivation ist eh fort. Und er hat natürlich noch ein Schild. Er hat noch ein Schild. Mach mal den Angriff kaputt Bruder. So. Angriff ist kaputt. Sehr schön. Kann er gar nicht mehr so viel machen. Wir müssen aber sein Schild noch rausloggen. Und wir haben noch ein ganzes Kyogre vor uns. Das Kyogre muss unbedingt dann ein. Ich wehre es nochmal ab. Ist mir zu wichtig. Das Kyogre muss ein. Drago Meteor. Wirst du nicht schaffen Bruder. Guck doch mal hin Bruder. Schau Bruder. Wie das einfach Schwachsinn ist. Weil er jetzt trotzdem hier rein. Fuchtelt. Und er noch ein Schild hat. Und ich deswegen. Eisenschädel machen muss. Und. Er den jetzt vielleicht abwehrt. Und dann muss ein Drago Meteor folgen. Und er ist gefühlt leer. Und ich habe kein Schild mehr. Und ich werde nicht hochkommen. Und es ist doch eigentlich von vornherein schon klar. Aber wir geben nicht auf. Wir surfen durch die Botanik. Da guck. Nicht mal Eisenschädel ist voll geworden. Nichts. Gar nichts. Drei. Vier. Ein Kampf steht noch aus. Oh. Eine Stunde 15. Ich hasse das. Tu die GWL doch weg. Er braucht schon GWL. Außer die ganzen Legend-Spieler. Weil das ist halt. Das macht ja Spaß. Wenn man da ein bisschen so. Das ist mir halt. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Mich da rein zu fuchsen. Welches Pokémon jetzt. Welche Attacken gekriegt hat. Welche Werte anders gemacht wurden. Was ist jetzt im Spiel. Welcher Liga kann das was machen und tun. Wie ist jetzt die Meta. Und. Ja. Also eigentlich braucht man sich nicht. Wundern. Wenn man. Immer. Dasselbe. Alte. Vergammelte. Team. Spielt. Seit der allerersten GWL Season. Immer das gleiche. Weil alle anderen die wechseln. Und die. Die passen sich an. Die kommen manchmal mit irgendwelchen Attacken. Wo ich nicht mal weiß. Dass es die überhaupt gibt. Nicht nur in dem. Nicht nur in den. Bei dem Pokémon. Sondern generell. Das ist halt schon ein Unterschied. Genau. Spukball. Genau. Bei dem dritten. Wird es vielleicht sogar. Schaden machen. Ob wir so weit kommen. Es ist halt. Nix. Brauchen wir dich. Wir brauchen dich eigentlich. Wir müssen dich durchfüttern. Dich weg machen. Dich vielleicht reinholen. Tocke Kiss. Da brauche ich trotzdem. Giratina. Hab das erste schon wieder vergessen. Das war glaube ich doch auch das Mailmetall. Ne. Da wird auch nicht viel passieren. Jetzt habe ich hier Bruder am Start. Warum auch immer. Achso. Das stimmt. Ich habe doch Eisenschädel. Und er hat keine Schilde mehr. Kann ich doch gleich jetzt einfach mal hier draufhauen. So. Jetzt müsste ich es irgendwie schaffen. Einen Dragomedior voll zu machen. So. Der ist fast tot. Ich will bis zur Hälfte kommen wenigstens. Und jetzt wechseln. Und jetzt soll er hier alles an meinem Tocke Kiss auslassen. Ob das schlau war weiß ich nicht. Aber irgendwie müssen wir es hinkriegen. Dass der. Oder hier. Flammenwurf. Der hat halt. Der ist halt immer so schnell. Der ist immer so schnell voll. Das wird mir zum Verhängnis. Und er wird auch den nächsten Stein Hagel sich noch voll pressen. Und sich richtig aus dem Fenster lehnen. Mit seinem ganzen Gehambel was er da macht. Nächster Stein Hagel. Da ist noch ein bisschen was da. Machen wir. Komm. Ein Antikkraft setze ich hinterher. So aus Verzweiflung heraus. Ein Antikkraft. Hey. Denn jetzt. Oder wenn ein Eisenschädel voll ist. Irgendwas. Nichts. Nichts ist voll. Nein. Weil er hat ja schon wieder seinen Move. Miau. Und das heißt es ist bei einer Pokémon Belohnung geblieben. Was halt richtig asozial ist. Guck. Dann ist es auch noch ein Mediti. Saberang 20 oder. Tust du dann nicht das Punktesystem einführen. Und wenn du jetzt. Nachdem du. Alles verloren hast. Immer noch. Über den 2000 bist. Dann kriegst du doch eh eine auf. Wie viel haben wir denn? Wir steigen ein. Mit. 2.127 Punkten. Und ich glaube. Selbst wenn ich alle 5 Kämpfe verliere. Wären mir vielleicht 100 Punkte abgezogen. Dann habe ich immer noch 2027. Und weil ich ja über den 2000 Punkten bin. Komme ich auf Rang 21. Obwohl ich jetzt alles verloren habe. Und danach auch alles verliere. Hey. Stehe ich richtig gut da. Feuer. Flug. Feuer. Flug. Da wäre Gestein gut. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Sturzflug. Wieso zieht das so viel Sturzflug ab? Ich verstehe es nicht. Das ist. Ich bin doch auch ein Flug-Pokémon. Natürlich hat er jetzt gewechselt. Und wieder auf Melmetal. Da brauchst du jetzt auch keine Antikraft mehr machen. Du kannst aber immer noch jetzt mit deinem Giratina kommen. Und bitte mach jetzt mal Spukball. Nicht die Unheilböen rausholen. Bitte auf Spukball gehen. Das ist voll. Das ist jetzt auch voll. Ihr seht, das nimmt sich nicht viel. Könntest du eigentlich wirklich Unheilböen wegmachen? Nur Spukball nehmen und dafür noch einen Drachen-Move haben. Aber hat er nicht. Hat er nicht. Weil manchmal sind es diese zwei Drücker, diese zwei Sekunden dazwischen, die entscheidend sind. Jetzt war es voll. Es war es voll. Er hat es wieder durchgehen lassen. Mann. Hyperstrahl. Wo er den her hat, weiß ich nicht. So. Unheilböen. Fort. Mein härtester Gegner. Graudon. Wegen Spukball aufs Graudon. Das hat Spaß-Move. Weil ich kann ja eh gerade nichts anderes machen. Kann ja nicht wechseln oder so. Graudon bleibt drin. Graudon ist jetzt fort. Hol ich jetzt Hocke-Kiss rein. Dann macht er sonst Erdbeben an mir. Komm, ich mach mal einen Rückwärts-Saldo. Eins, zwei, drei. Macht auf jeden Fall Schaden. So, und jetzt bin ich da. Und jetzt hat er was voll. Und jetzt macht er sicherlich was. Und ich muss jetzt alles abschillen. Wenn er jetzt einen Erdbeben macht, bin ich weg. Wenn er eine Abgrundsklinge macht, bin ich wahrscheinlich auch weg. Also ich muss alles abwehren. In der Hoffnung, dass er dann kein Erdbeben mehr hat. Und den Feuerschlag werde ich schon aushalten. Und vielleicht kriege ich es irgendwie hin. Ne, er hat natürlich noch sein blödes Ho-Oh. Und er hat auch noch ein Schild. Das heißt, ich werde wieder verlieren. Euter Schweizer, Euter Feuer. Ich muss. Ich muss jetzt das. Ich muss den Eisenschädel machen. Bis der ihn jetzt irgendwie in die Quere gekommen wäre. Achso, er hat ja eh noch sein. Er hat doch eh das Schild noch. Ach, ich hab's doch gerade noch gesagt. Und schon wieder vergessen. Guck mal. Fast sogar besiegt. Mit dem Quick Move. Und dann ein Eisenschädel aufs Groudon. Das hätten sie ja sogar fast noch gebracht. Macht's aber nicht. Verteidigung sinkt drastisch. Mau, mau. Legoland. Edition. Meister Liga. Gehen wir mal rein. Ich bin gerade echt frustriert. Vor allem, wenn ich Rang 21 bin, habe ich ja eh keinen Grund mehr, GBL zu zocken. Die nächste Season beginnt ja, glaube ich, eh schon wieder in zwei Wochen oder so. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Der zwanzigste? Ich glaube, am 1.6. beginnt die neue Season. Hm. Ich schreibe einfach mein letztes GBL Video in den Titel und das ist auch erstmal so, weil ich erstmal vorhabe, keine neuen zu machen. Ich will erstmal wirklich alle alten Videos von Ramses Kitchen Zeugs, dass die online sind, dass die rauskommen, dass die Vlogs vom Umzug online sind, dass die rauskommen, dass wirklich mit Hibu komplett abgeschlossen ist. Keine alten Videos mehr aus der Küche, keine alten Videos mehr aus dem Bad, keine Videos mehr aus der Hibu-Stadtumgebung, das muss erstmal alles abgeschlossen sein und weg sein. Und dann möchte ich da den Fokus nochmal da drauf stellen, dann lieber ein Video pro Tag aus Hibu hochladen, statt, dass die untergehen und so ein Stunden GBL-Video da rein dingst. Wir machen einen fetten, großen Cut und wie es dann weitergeht, ja, schauen wir halt dann mal in Ruhe, aber ihr seht, man kann sich auch überhaupt gar nicht konzentrieren auf nichts. Weil es alles immer so ein großer, klubschiger Durcheinander ist. Der Durcheinander, das war jetzt der Artikel, den man da davor gesetzt hat. So. Unhalben. Wer war der Erste überhaupt? Den habe ich nämlich auch schon wieder vergessen. Zumpex ist am Start. Ich glaube, der Erste hat mir nicht gut getan. Also, holen wir einfach Tocke-Kiss wieder rein, gegen Sumpex. In der Krypto-Version. Eins. Zwei. Einfach raus mit ihm drauf. Was will er denn machen? Stahl. Interessiert mich nicht. Elektro. Interessiert mich auch nicht. Bleib ich drin. Mach ich weiter. Drache. Drache macht er gut. So. Nochmal nicht jetzt. Ja, aber selbst wenn ich jetzt denke, dass ich das gerade gewinne, das eine Ding da, ist das alles halt nicht so wie es sein soll. Einfach mal draufhauen, den Eisenschädel, auf das Sumpex. Er hat ja noch seinen Move. Und dann nochmal unter Opa und der Gäse. Achso, das hat mir natürlich jetzt nichts gebracht. Das bringt doch gar nichts, dass ich jetzt noch zwei Schilde habe. Wenn, bis ich meinen Move voll habe, er mich eh umgebracht hat. Also, so sinnvoll war das jetzt nicht. Lass ihn lieber sterben. Hol lieber das Togekiss zurück und mach es beim Togekiss. Das macht, glaube ich, mehr Sinn gerade. Lieber ihn nochmal ein bisschen schützen. Hey, alles. Das hätte jetzt komplett in die Hose gehen können. Das hätte jetzt in die Hose gehen können. Guck mal, wie viele Formate wir mal hatten. Wir hatten mal sieben Tage, sieben Stops. Aber dann war alles eingereicht, was es in der Umgebung gab. Und dann konnte man das nicht mehr machen. Dann hat man immer hier Eiervideos gehabt. Eierbrüden, seitdem sie die Boxen aus dem Shop genommen hatten. Die Guten. Uns da nur noch Kacke gab. Hat man auch keine Eiervideos mehr gemacht. Spielen wir halt GBL. Jo, komm, wir spielen GBL. Ne, macht auch keinen Spaß mehr. Es nimmt ab. Es ist alles fort. Am besten, ich mache nur noch Fortnite-Videos. Anfänger spielt Fortnite-Titel. Beste. Macht auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Druck. Dann können alle kommen. Können alle Tipps geben. Oder Hayden. Beides bringt Aufmerksamkeit. Aber ich will doch gar nicht so sein. Ich will doch einfach nur ich sein. Und dass ich geistig verwirrt bin, momentan, merkt man ja an allen Ecken und Kanten. Und deswegen muss ich das auch auf dem Kanal so auswirken, dass alles, die komplette Regelmäßigkeit dann verloren geht. Es ist ja schon auch die Regelmäßigkeit, dass immer ein Video um 10 Uhr kam. Ein Video um 15 Uhr kam. Und ein Stream ab 18 Uhr kam. Selbst das haben gefühlt nur 10% aller Abonnenten irgendwie auf dem Schirm oder verinnerlicht. Da heißt es schon immer dann am Mittwoch um 15 Uhr, wo ich mir denke, das kommt immer am Mittwoch um 15 Uhr. Wieso wird jetzt gefragt um 10 Uhr, wieso kein Raider-Mittwoch da ist. 10 Uhr kam meistens ein Unboxing oder Ramses Kitchen oder eine Challenge. 15 Uhr kam immer ein Pokémon-Video. Und 18 Uhr gingen dann immer die Streams los. Außer Montag, da wurden die Streams natürlich, da gab es den Montag-Stream um 20 Uhr. Wenn am Wochenende mal ein C-Day war um 14 Uhr oder 11 Uhr, ging das natürlich da los, zu der Zeit, wo das losging. Das ist ja auch klar oder sollte klar sein. Was machst denn du mit mir, Mann? Und dann sterb halt jetzt. Der Spukball wäre fast fertig geworden. Nee, ich bin gar nicht tot. Ich lebe immer noch. Dann kann ich auch drinbleiben. Jetzt holt er den anderen wieder rein. Ihr seht, da ist immer wieder beim Thema, wie am Anfang du redest, du konzentrierst dich nicht, du kriegst gar nichts mehr. Nee, du siehst nichts. Es ist alles auf jeden Fall sehr verworren. So. Jetzt kann ich aber das Toggle-Kiss reinholen. Nee, was hat denn der noch? Wir holen das Toggle-Kiss rein, genau. Egal, was er noch hat, wir holen das Toggle-Kiss rein. Jetzt machen wir auch ein Schild weg. Bei mir. Und hoffentlich auch bei ihm. Den ein Surfer hätte man bestimmt überlebt. Aber. So. Guck dir das an. Der will gar nicht, dass man es überlebt. Der macht das mit Absicht so. Jetzt wechsle ich einfach, warum auch immer. Damit sein Move, den er gleich macht, mich nicht umbringt. Sind so Dinge, normal hätte ich nie gewechselt. Aber es geht ja jetzt um nichts mehr. Da kann ich auch einfach mal wechseln. Egal, was passiert. Und jetzt hat er noch einen Crowdon drin. Naja, das kann ich doch einfach mal wechseln. Egal, was passiert. Guck. Los, Crowdon. Erdbeben. Feuerschlag. Double Punch. Desaster. Woo. Abgrundsklinge. Wer grunzt hier? Crowdon. Ich bin's nett. Hat er jetzt was vollgeladen noch? Überrascht er mich jetzt noch? Nee. Er verliert einfach. Der ist noch weniger anwesend und konzentriert als ich. Das musst du dir mal hinter die Ohren schreiben. Ist sowieso schwer momentan irgendwas zu planen. Wegen dem Baby. Solange es nicht da ist. Und man denkt, es könnte heute soweit sein. Es könnte morgen soweit sein. Bis spätestens nächstes Wochenende. Wenn nicht. Holen sie es. Da kannst du nicht jetzt sagen, ja, ich plane jetzt drei Stunden Stream heute Nachmittag. Und dann fällt es weg. Deswegen, ja. Lassen wir es ruhig angehen. Und die Zeit nutzen, alles andere weg zu haben. Und dann normal hier rein zu kommen. Und hier durch zu starten. Dann wieder. Mit neuer Kraftenergie. Mal irgendwas so. Urlaub machen. Gegnerische Attacke. Das ist eine volle gute Idee. Das letzte Mal. Ramses Minos. Mein letztes GBL Video. Zack. Vorerst. Aber wer weiß, was aus Vorerst kommt. Alles zu seiner Zeit. Auf jeden Fall. 23. Ich wusste, dass das jetzt ist. Wir sind schon bei einer Stunde 30. Schlachtbohrer. Da sind die Moves natürlich wieder voll. Und was machst du? Nichts. Weil du dir denkst, ach, der ist eh gleich tot. Den hebe ich mir auch für den nächsten. Und dann gibt es einfach keinen nächsten mehr. Weil er ist halt einfach schon tot. Der kommt halt rein wieder. Mit deinem Toggekiss. Gegen Toggekiss. Meiner hat auf jeden Fall mehr WP. Und meiner müsste auch eher sein Mufall haben als deiner. Und wir haben beide auch noch zwei Schilde. Wenn das nicht der Vorteil für mich bedeutet. Dann weiß ich jetzt aber auch nicht. So. Also im Normalfall ist er jetzt. Weil es ja um Bruder. Ich habe einfach mehr Angriff und mehr Verteidigung. Im Normalfall müsste, weil es jetzt um Punkte geht, ja so sein. Wenn ich zwei von fünf gewinne, steige ich ab. Wenn ich drei von fünf gewinne, steige ich auf. Ich brauche also mindestens immer drei Siege in einem Fünfermatch. Um im Punktesystem weiter hoch zu klettern. Weil ich öfters mal ein Fünfermatch dabei habe, wo ich nur eins oder zwei gewinne. Bewege ich mich einfach nur auf der Stelle. Und jetzt hat er ausgerechnet noch Evil Tal. Aber das ist schon okay. Ich habe ja auch noch ein Schild. Kann bestimmt noch mal Antikraft einsetzen. Ich hoffe, der ist jetzt direkt voll. Ne, noch nicht. Aber gleich. Ne, er ist schon tot. Brauchen wir gar nicht. Kannst du einpacken, das Evil Tal. Kannst du einpacken, kannst du mitnehmen, kannst du weiterfahren damit. Bitte erlöse mich, bitte. Nicht noch ein Kampf. Ich möchte doch nicht mehr. Nächster Kampf. Das ist jetzt der fünfte. Mein letztes GBL-Video. Das letzte Mal BVB. Mein letztes BVB-Video. Genau. Da ist der Ace. Kampf beginnt. Ace klingt ja gut. Ihr habt ja gesehen auch, dass ich beim letzten Mal auch Ace war. Also Ace ist eigentlich schon immer drin. Heißt ja nicht, dass ich nie wieder GBL spielen werde. Heißt ja nur, dass ich da nicht gebunden bin an, ich muss jetzt die eine Stunde mich dort hinsetzen und das machen. Ich könnte auch abends nebenbei, wenn Pupsi Serie guckt oder so, oder Wrestling läuft oder so, nebenbei, wenn Werbung ist, einfach kurz mal ein Set spielen. Was ich nicht machen konnte, wenn ich immer nur GBL gespielt habe, wenn ich aufnehme. Und da musst du dich eine Stunde ein Stück hinsetzen und das hält dann auf und das bröckelt ihr voll rein. Ich bin halt kein GBL-YouTuber, der jeden Tag eine 20-Minuten-Folge rausbringt. Das wäre schon wieder sinnvoller. Aber weil hier ja nichts Sinn hat, haben wir es halt nicht so gemacht. Den tue ich jetzt weg. Mach den Rest mit Giratina. Dann wechselt er bestimmt wieder auf seinen Dragoran. Und dann komme ich mit die Yalga. So machen wir das hin und her. So, guck, jetzt kommen da rein mit. Und ich komme so. Und dann verstehe ich jetzt wieder gar nichts. Toll. Toll, 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 toll. Natürlich kann er wieder Erdbeben. Aber ich habe ja auch noch ein Schild. So. Guck mal, wie das reinhaut. Das ist eigentlich fett. Das ist eigentlich, macht das Spaß. Diesem Dialga. Das aussieht wie die Elgienkönigin. Nicht die Bienenkönigin. Das ist die Elgienkönigin. So, haben wir jetzt einen Voll vor, dass es hier weitergeht. Haben immer noch Giratina am Start, wenn ich Giratina jetzt reinhole. Weiß ich nicht, bringt mir das auch nicht so viel, oder? Aber ich versuche es mal. Ich drücke die ganze Zeit auf Giratina in der Hoffnung, dass es reinkommt, bevor er seinen Huf macht. Denn sonst bin ich weg. Und kann doch nicht mit dem Giratina dann gegen das Dragoran kämpfen. Das geht doch nicht. Jetzt ist es tot und jetzt ist Giratina bereit. Juhu. Dann mach du jetzt den Rest und versuche jetzt einen Spukball aufs Dragoran zu hauen. Und ich weiß jetzt schon, dass es nicht ausreicht, dass Dragoran noch lebt. Und bis ich den nächsten Move machen kann, bin ich falsch. Zack. Sogar einer löst es. Es macht eine Drachenklaue, wa? Eine überlebe ich. Noch eine überlebe ich nicht. Oh, da ist Unheilböhn noch voll. Ist Unheilböhn voll. Unheilböhn ist noch voll. Aber reicht das? Das ist kein Spukball, das sind Unheilböhn. Zum Spukball wäre ich bestimmt nicht mehr gekommen. Er ist weg und gewonnen. Wir gehen. Das letzte GBL-Video. Das letzte PvP-Video. Endet. Mit. Ach du Scheiße. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Mit einem Sieg. Ich habe vier von fünf Kämpfen gewonnen. Ich habe doch alles verloren die ganze Zeit. Wie kann ich jetzt hier vier Stück gewonnen haben? Fünf. Vier, fünf. Davor war es auch nur eins. Das motiviert schon wieder für mehr. Hey! Und ich habe ein Sneebel. Ein Hisui Sneebel. Letztens im Glückstausch wurde ein Hisui Sneebel verlangt. Ich habe gesagt, ich habe genau ein einziges Hisui Sneebel aus der GBL letztens bekommen. Hey, da ist es wieder. Da lohnt sich doch GBL spielen. Und gucke jetzt. Rang 21. 2.170 Punkte. Rang 21. 4.300 Staub. Eine Fiktor-Jagge. Die man sich schön anziehen kann. Das ist die Statistik. Beim letzten Mal 214 Kämpfe. Diesmal nur 205 Kämpfe gebraucht. 131 Siege. 123 Siege. Wenigstens über 50% Quote. Aber weniger Sternstaub verdient. Weil diesmal habe ich nicht am Go-Kampftag gezockt. Ace ist also drin. Das war mein letztes GBL-Video. Ich bin raus. Das war es von meiner Seite aus. Niklas hat eingeladen nach Siegen Nordrhein-Westfalen. Ich tue mal kurz so, als würde ich mitmachen wollen. Aber wir machen natürlich nicht mit. Denkt an die Preise für die Fanrates. Wir gucken nur mal kurz hier rein. Wer das so drin ist. Ach, Niklas alleine. Dann gehe ich wieder raus. Grüße an Niklas. Das war es von meiner Seite aus. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Und ciao. Das war mein letztes GBL-Video.